Willkommen zurück zum Blob bei den, ich nennt's einfach mal Cola Werken. Wo ist denn jetzt hier die Kanone? Ich hatte doch jetzt nichts gegen einen Krass, nicht nur einen Grange Obstsaft. Könntest du da noch keinen Ort mehr einbrauchen? Lange! Was passiert, dass er jetzt hier nicht? Einschlag und schon tut es dir leid. Ich hoffe wir finden ja, wir finden keine Farbe, na klar, also ab nach unten und nochmal. Wir sind drinnen, aber du musst einen Weg ohne Strom und so finden. Such das gelbe Notauslass wird hier und lass die Blechkohle ab. Die Apfelstrower sind blockiert, benutzt die Schalter, um beide Punkten zu starten. Okay, lass uns ein bisschen Orangen Obstsaft anmischen, die also tütert es zu Rotarumba. Na komm, nein, ui, das war knapp. Als nächstes kommt ein bisschen Zitronen zu, lass uns den Schalter suchen. Ah, okay. Hä, achso, hier war wieder so ne... Äh... Es wird gemischt und Rot zurück zum Lagertank und flieh nur auf. Folgt den Brawl-Blasen nach oben zur Transformationsmaschine. Okay, sehr schön. Damit haben wir, glaube ich, fünf Türme? Ja, ich glaube, ne... Na dann, ab in die Kanone. Erstmal gucken. Hier komme ich nicht so einfach wieder hoch, ne... Okay. Wir holen uns Prisma City wieder, Getränk für Getränk. Roll in die Trauben, äh, Traumanlage, ich treff dich um. Rolle, Rolle, Rolle mein Ball. Sooo. Roll, 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 mein Reifen. Hallo. Roll, 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 mein Reifen! So. Hier gibt es nur die... Ah, hier. Wollte schon sagen, es gibt nur eine Öffnung, aber nein. Du musst da hoch und zwar mit ein bisschen Violett. Wir könnten auch da unten platt machen. Ich bin einscher und ich bin ein bisschen, wie der erste ist. Ich bin ein bisschen, wie der erste ist, ich habe das nicht gemacht. Es ist wichtig. Sobald die K Втор-Tage nach einem K.A., was du schon mal. Was ist es? Ich bin ein K.A., jetzt hier auf die Karte. Der wird auch gar nicht mehr aufzubringen, oder wird? Oha! Jo, läuft! Alter! Nee? Das will... Oder? War's das? Ich hab keine Ahnung. Oha! Oha! Ach, ich habe eine Er mee, einensu írten Tag. Welche Wurzelnung ist in großer Verladung? Ich habe die Schachtel gesehen. Ich hatte einen Schachtel ausgebrochen. Ich habe eine Schachtelbewerber, die Kieler geöffnet wurden. Kieler? Kieler? Da unten, okay. Keine Ahnung, wo die jetzt hin sind, egal. Es ist kalt hier drin. Die Wissenschaftler experimentieren wohl mit einem neuen Bleichkohle-Rezept. Lass uns... Lass es uns in den Ausguss kippen. Gott, oh Gott. Huuuui! Nein! Ah! Nööö! gehen den gefährraum um die auslassszene aufzutauen und bringe ein bisschen blau bühne rein ach so gibt mir blau 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 auf der anderen seite erhitzen sieke vorne cola ab da drüben und schalt die rohre an damit die rot um die rote zumba zu holen kommt bestimmt noch mal rot das ist eine tolle mischung von traubentraum für die lage tag auf reite auf der traube blob auf dem und Gehe und transformiere einen Weg über die Fälle. Ein Tom fehlt noch. So, bevor wir die Kanone benutzen, suche ich jetzt aber nochmal schnell die Graulinge. Waren das die? Könnte sein. Nein. Der da unten glitze mich abrollen. Halbe Stunde jetzt schon wieder in Time. Zu viel hatten wir. Lange, lange nicht mehr. Okay, und Feuer! Kriege ich unten irgendwo Farbe? Oder so. Ach, shit, das... Ne, doch nicht. Ach, jetzt sind wir wieder hier, oder wird... Oho, 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 oho. Jetzt würde man ja theoretisch an dieses Gimmick kommen, aber man muss von da oben. Jetzt überlege ich, war das nicht der Tum, den wir gerade gemacht haben? Ich habe keine Ahnung. Ja, klar, da unten ist es doch. Okay, ich habe keine Ahnung. wo krieg ich denn jetzt wasser her ich würde sagen machen wir dieser stelle erstmal wieder ein folgenpäuschen spitze bedanke mich bis denne